Im Positionsdialog im Register Schnittstellen sind Sie für die links ausgewählte Position in der Lage, die Ausgabe für VI-Preispflege für die GEB-Schnittstelle und die Übergabe für VI-Projekt zu konfigurieren. Sie können für die VI-Preispflege festlegen, ob diese Position an die Preispflege übergeben werden soll oder nicht. Sie können für den GEB-Export festlegen, dass diese Position nicht ausgegeben wird, das heißt also eine Verneinung im Standard werden alle Positionen ausgegeben und Sie können für die Ausgabe an VI-Projekt festlegen, dass diese Position übergeben wird oder nicht und sind in der Lage, an die Position eine Vorgabezeit für den Bauzeitenplan zu koppeln.